Wir haben hier unsere Position mit drei Anglern von einem Zuschauer eingenommen. Und so aus da drüben. Wir haben uns hier über die Plätze verteilt. Da drüben sind noch ein paar Leute. Wie viele sind wir? Zwölf oder so? Oder zehn? Zehn, zwölf Leute. Läuft. So. Ein paar kleine Brassen rausgeholt am Grollender See vom Angelverein Stur Bremen e.V. Oder Bremen Stur e.V. Ein richtig geiles Ding. Wir sind hier natürlich nicht alleine. An den anderen Stegen sind überall auch noch Angler. Wir sind hier mit zehn Leuten oder so. Drei Posen haben wir raus. Zwei auf Grund. Fünf Angeln, drei Posen. Also fünf Angeln insgesamt. Die Nacht kommt jetzt. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Aale beißen. Hallo. So. Das ist 0 Uhr 32. Annie hat sich ein bisschen gedeckt. Angeln liegen hier. Zwei Posen sind draußen. Drei auf Grund. Hinten sind die Häuser aber noch ein bisschen beleuchtet. Wir unsere Nachbarn hatten eben schön durchs... Schwupp. Jo. Ich denke mal, da könnte jetzt gleich noch was kommen. Martin macht gerade seine Angel wieder fertig. Jo. Nimm die neue Packung. Jetzt muss doch gleich was beißen. Das heißt doch. So. Das ist mein Fisch. Ne, mein Fisch. Der hat nicht er gefangen. Halb 2. Ein richtig dicker Barsch hat gerade gewissen. Wie groß ist der? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Hat der 40 Zentimeter? Das sind... 33. Ne, ich glaube, das ist mehr. Ich meine, das sind 33. Können wir vorstellen, das ist mehr. Boah, das ist echt kalt. Die beiden Experten kommen gerade aus dem Knie, äh, aus dem... Warmen Zelt. Aus dem Warmen Zelt. Und wir halten hier die Stellung und fangen nichts. Und die stehen hier locker auf und fangen so ein Riesen-Barsch. Messen wir irgendwie, wie kostet der. Oder hast du kein Maßband? 33. Sag ich dir. Halt mal ordentlich in der Kamera. Schönes Vieh. Ja, das ist ein richtig schönes Tier. Ja. Da bin ich tief gebissen, aber schön Halsschlucker. Ja, aber wie lange das... Was ist das? Ein Schnurrschwimmer. 30 Sekunden später, was ist das? Ein Schnurrschwimmer. Piep, piep, piep. Jetzt hau ich an. Scheiß drauf. Ne, er hat nochmal gepieft. Zweimal, nur immer so piep, piep. Abgerissen. Nein. Im Schlafsack ausgesprittet oder was los? Hä? Ich bin mit dem Schlafsack. Hüpp, hüpp, hüpp. Hochgerissen. Schönes Tier. Gib mal... Hier, gib ihm das mal. Dem Experten. Dem Fangexperten. Dem Fänger. Gib mal jetzt nicht wieder. Dann muss ich mir ein bisschen erleuchten. Nein, einmal hier richtig schön reinhalten. Nein, ich hab hier irgendwo Marschbahn. Das ist super schön. Komm mal. Das ist ein schönes Tier. Ja, schick, ne? Schick, schick. Petri. Jo. Ja. Ich hab hier. Kirche. Ich hab hier. Ich hab hier. Vielen Dank.